Herzlich Willkommen bei Zocker Andi Let's Play. Wir spielen heute Anomalie Korea. Ich habe mich informiert Leute wie das funktioniert und ich habe jetzt eine Idee. Ganz andere Taktik und man kann auch dieselbe Strecke wieder einmal zurück. Das wusste ich nicht. Jetzt weiß ich es. Also wir fahren hier. Danach fahren wir das kassieren. Dadurch nach unten. So. 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 Dann hier. Gerade. Geht zackiger. Darüber. Darauf. So. Dann darüber. So. Dann kassieren wir die da ein. So. Rauf. Rüber. Runter. Und die kassieren wir auch noch ein. Und danach darüber. Runter. Und dahin. Und wir haben alle. So. Und dann hier natürlich noch. Ist klar. Die wollen wir auch noch haben. Alles klar. So. Updaten können wir noch nix. Dann statten wir mal. Und wir machen sie jetzt platt. Hoffentlich zumindest. Ne. Mal ein bisschen schneller hier. Ah. Dieser Timer hier. So nützlich ist er jetzt nicht. Aber. Zumindest sieht man es. Ne. So. Jetzt können wir uns was leisten. Und das ist die Game Waffe. Wir brauchen den vierten Mann einfach. Das ist es. Und dann läuft es. Hoppala. Jetzt haben wir noch verdrückt. So. Können wir was updaten? Ja. Ne. Können wir nicht. Gut. Jetzt ist der dran. Wir müssen halt immer die auswechseln irgendwie. So soll das laufen. So. Und dann haben wir den da zurück zum Beispiel. Den vor. So. Wieder auswechseln. Das machen wir jetzt die ganze Zeit. Das ist der Trick 17. So. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Jetzt müssen wir den vor. So. Dann haben wir den wieder auf die zweite Stelle. Können wir updaten jetzt. Die Frage ist. Sollen wir das Schild drauf? Ja. Das können wir noch nicht. Gut. Dann updaten wir den mal. Kohle. 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 Jetzt können wir den updaten. Den können wir uns nicht mehr lassen. So. Der ist beschädigt. Der kommt jetzt an dritter Stelle. Hey. Hallo. Hallo. Das ist ein bisschen blöd der. Das war jetzt ein bisschen doof. Wir brauchen einen neuen. So. Dann den vor. So. Den vor. Das ist nicht so leicht, aber so soll das gehen jedenfalls. So. Den ersten. Den tauschen wir gleich aus. So. 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 Jetzt haben wir Kohle gekriegt. Jetzt können wir updaten. Den. Der geht sich leider nicht aus. Es ist doch ein bisschen schwer, aber es geht. Es geht. Es geht. Es läuft. Jetzt kriegen wir da Kohle für den Checkpoint. So. Jetzt haben wir den da auswechseln noch. Dass der auch ein Schild kriegt. Das ist doch ein Schild. So. Jetzt den vor. Oh, langsam geht's, Leute. Langsam geht's. So. Kann man wieder auswechseln. Dass der sein Schild kriegt. Äh, wie viel Kohle haben wir eigentlich? Zu wenig. Ah, jetzt kann man einiges einkassieren hier. So. Hm, das reicht aber nicht. Das reicht nicht. Upgrade. Das geht sich noch immer nicht aus, ne? So, aber jetzt können wir den upgraden hier. Zack. Und noch einen neuen kaufen. Den nehmen wir gleich als Instant-Opfer, sozusagen. So, so sagen. Ey. Hat die Artillerie jetzt meine Ding kaputt gemacht? Das ist ein Witz jetzt, oder? Meine eigene Artillerie. Wollt ihr mich verarschen? Ah, das ist ein bisschen blöd. Aber sehr blöd. Ey, wieso macht die eigene Artillerie meine Ding kaputt? Was soll denn der Scheiß? Na, klasse. Jetzt können wir es vergessen wieder. Na, jetzt können wir gleich starten. Das war blöde. Keine Ahnung warum, aber meine eigene Artillerie hat das jetzt kaputt gemacht. Probieren wir es jetzt nochmal. Das muss doch irgendwie gehen, ey. Hm. Also, nach oben. Vielleicht mehr Umwege. Ich muss langsamer sein, würde ich sagen. Vielleicht. Das ist blöd, blöd, blöd. So. 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 Hopp. Da runter. Da rüber. Runter. Rüber. Dann tun wir ein bisschen mehr auf Zeit spielen. Irgendwie muss das funktionieren. So. Und da rauf. So. Der geht nach oben. So. Dann. Hier hin. Und da rüber. Und da rüber. Und da rüber. So. Das sollte jetzt hin. Probieren wir das. Bin neugierig, ob es jetzt geht. Es musst du irgendwie hinhauen. Irgendwie mit der vierten Karre. Mit der vierten Karre muss es gehen. So. Jetzt müssen die da raus. Weil hier kommt irgendwie eine Granate oder so runter. Gut. Da müssen wir variieren. Also das heißt, ja. Zehnmal nachsehen auf deutsch. Wo kommt das nächste runter? Hier in 20 Sekunden. So. Jetzt haben wir es. Ah. Ich bin neugierig, ob das jetzt hinhaut. Ich bin neugierig, ob das jetzt hinhaut. Ja, wir brauchen ein größeres Schild. Das habe ich schon mitgekriegt. So, dann der vor. So. Von dem vielleicht fernhalten, hm? Machen wir es mal so. Irgendwie muss es ja gehen. So. Dann tauschen wir den aus. So. Das ist ja dämlich, was der für ein Damage hier reinhaut. Ich darf bei denen einfach nicht vorbeifahren, wenn ihr mich fragt. Sonst wird das nix. Sonst wird das nix. Sonst wird das nix. Nee. Nee. So wird das nix. Kann man wieder vergessen. Wir dürfen bei dem einfach nicht vorbeifahren. Der ist zu stark. Das muss zuerst abgedatet werden, aber irgendwie muss ich da vorbei. Wie soll ich denn sonst hin? Ja, 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 ja. Alles klar. Ah, Mann. Wieder das ganze Planen hier. Das nervt. Jetzt habe ich schon zehnmal gemacht. So. Gut. Dann machen wir es mit mehr Abstand. Scheiß mal auf die paar hier und fahren so rüber. Das ist besser. Runter. Das ist zu viel Risiko. Ja. Wir müssen ja nicht alle haben. So. Runter. Runter. Hierüber. Hier. Hier. Machen wir das mal anders. Aha. Darüber. Darauf. Darüber. So. Äh. Äh. Danach so. Und schön darüber. Jetzt nach unten. So. 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 Probieren wir es mal so. Irgendwie muss er das gehen. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi. Let's Play. Tschüss. Tschüss. so. Und ich habe auch da Bye Bye Bye. T allez.